Guten Morgen, liebe Sorgen. Willkommen zurück bei Carolee's Land. Ich habe Post. Schönen Du. Du bist letzte Nacht mit dem Gesicht nach unten ohnmächtig aufge... Ja, okay. Wann bin ich das nicht? Na, frage ich mich. Wann bin ich das nicht? So. Schön wässern hier. Hopp, hopp. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Ich weiß es nicht. So, zack. Äh, das... Schleim... Weiß ich jetzt nicht. Sandstein weiß ich jetzt auch nicht. Holz, klar. Ja, Bronze-Erz. Achso, wir haben noch mal wilden Sarmen. Achso, soll ich vielleicht auch mal wässern? So. So, Kohle. Achso. Äh. Na, nicht so. So. Dü, 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 dü. Wirst du auswählen. Schiene voll. Ich bin auch manchmal voll. Voll drauf, ey. Voller Tatendrank. Manchmal bin ich voller Tatendrank. Ui. 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 Köln sollte froh sein, dass es Mama gut geht. Wenn Mama etwas zustießen würde, ich... Grrrr. Okay. Die. So, wo ist denn meine hübsche Schönheit hier? Ach, die ist noch da hinten. Ui ist noch hier. Ui ist wieder weg. Ne, Ui geht da runter. Ui ist noch da hinten. Aua. Geil, ich hab nen Fisch. Hä? Wo sind die hin? Ah. Ich sehe, wo sie ist. Ich sehe alles. Ich sehe einfach alles. So. Hallo Schönheit. Wem wollt ihr Volleyball trainieren? Aber es war niemand draußen. Also habe ich meine Pläne geändert und entspann mich hier. Sehr schön. Ich kaufe alle meine Lebensmittel in Sams Laden. Ich schätze es sehr, dass er lokal einkauft. Der Nachschlag bei Sams Laden ist, dass man nur Produkte findet, die gerade Saison haben. Das stimmt denn wohl. Didi, 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 didi. Mir tut der Kopf weh. Es ist das Licht. Uff. No, schnell weg hier. Schnell weg hier. Ja. 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 Sim's Laden. Sim's Laden. Du, 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 du. Sam, mein alter Freund. Geschäfte. Ja, sicher. Geschäfte, Geschäfte, Geschäfte. Steckrüben. Kartoffeln. Und Blumenkohlsamen. Äh, Blumenkohlsamen. So, mein Freund. Ja, es dauert ein bisschen, müssen wir sich. Noch die passenden Teile habe. Hm. 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 zu weit weg wahrscheinlich du alte nebelgrähe achso da kann ich mit interagieren interagieren ist wie viren so holz nehme ich mit müll nämlich mit steine nehme ich mal mit und da gehen wir mal um gucken ob wir da noch ausbauen können hallo ich will ein geschäft machen wir haben heute geschlossen wie jetzt wie habt ihr heute geschlossen wann habt ihr denn auf sonntags da komme ich nicht mal rüber ist ja ist ja jetzt ein bisschen doof nur ich wollte was für meinen laden tun es ist jetzt ein bisschen oder jetzt noch ein bisschen doof papa wir haben heute einen ausflug okay ja ja der große ups so 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 Das ist der Saft. Der gibt mir Kraft. Das ist der Saft. Der gibt mir Kraft. Saft und Kraft. Na, Hilfe. Es ist der Saft. Der gibt mir diese Kraft. Ja, ja, nur diese Kraft. So. Ah, da ging es in die Richtung. Okay. Kompost. Es war einmal ein Kompost. La, 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 la. Na. Ähm. Stell dir ein Exaktor her. Was braucht man nochmal für den Exaktor? Exaktor Mundo? Das können. Ah, wir können unser Können verbessern. Äh, Stein, du mir höhere Chance umgeben, den Schneider beim Schürfen zu zerbrechen. Ja, wollen wir. Ähm. Kampfkenntnisse. Zweimal zuschlagen. Chance auf Crit. Erhöht die Chance auf Crit. Ja, Crit ist immer gut. Zack. Bam. Was haben wir hier? Nicht verfügbar. Okay. Was ist das jetzt hier? Tierfutter und so weiter. Okay. Ja. Äh, achso. Ja, genau. Hüt. Kannst vergessen jetzt. Äh, Exaktor. Exaktor. Mhm, 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 mhm. Äh. Fässchen. Recycle-Maschine. Kompost. Exaktor. Da brauchen wir mehr Schrott für. 16, äh, 20 Schrott. 20. Wo soll ich denn 20 Schrott herkriegen, ey? Aus Müll gewonnen, kann man aus Müll, ne. Nö, das kann man nicht. Ja, ich mein, kann man tonen, ne. Tü, 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 tü. Tü, 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 tü. Tü, 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 tü. Tü, 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 tü. Ich kann jetzt mal gucken, ob ich irgendwo Schrott finde. Wupp. Man kann sie auch essen. Okay. Wir essen dann Blume. Nö, 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 nö. Leckere Blume. Ich komm hier nicht, ich komm hier nicht rüber. Was ist das denn? Okay. Dann halt noch nicht. Finde ich jetzt ein bisschen, naja. Albern, aber, ja, wenn das so ist, dann ist es so. Ach, guck mal, ist ja Licht angegangen. Cool. Schreibt mir noch nie. Ich denke, der macht einen Ausflug, der Jung. Meiner, schreibt der erst mal Papa zehn Nachrichten. Ich mein, ich freu mich, aber. Nö. Ahornsamen. Ne, ich will eigentlich, ich will keine Geschenke vergeben. So. Günst du dir eine Pause von der Arbeit vor der Farm? Jo, sowas in der Art. Sowas in der Art. Wie die Mülltonnen hier am durchhauen. Ich hau die Mülltonnen durch. Wie ein kleiner Luch. Wann finde ich denn jetzt so viele Fische, ey? Du hast noch nie so viele Bonsai an einem Ort gesehen. Gut, das war Müll. Und das ist auch Müll. Ich würde gerne Schrott finden. Dann, wenn du das. Wasabi. Jetzt werde ich einfach erst mal pennen. Lalalalalalalalalala. Hat man nicht viel Schrotz? Schrott hat man, glaube ich, viel auch beim Tauchen gefunden, ne? Ein gewöhnlicher Seefisch. Vielleicht sollte ich hier Fische einfach verkaufen, hier so. Zack. Und den Rest. Das ist Müll. Müll können wir ja hier wieder reinpacken. So. Wasabi und all sowas, das können wir ja nachher, ne? Also. Haha. Warte mal. Voll. Södele. Gehen wir mal eine Runde pennen und dann war's das, ne? Würde ich sagen. Höre hin zu Bett gehen. Höre hin zu Bett gehen. Du, 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 du. Genau. Beim Angeln haben wir jetzt erreicht. Spiel gespeichert. Untertitelung des ZDF, 2020